Okay, wir haben zu wollen. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt kommt Ronny Mercer, der dritte in die E-Mail. Many thanks to Ronny, thank you for coming over from Great Britain. We know it's a lot of passion for you to get outside of Great Britain. Thanks for coming here, thanks for for being on a good show. And thanks for providing Great Britain. The 4th in der Qualifikation war Ronny Mercer. Die Gäste auf der Fahrgangekommission wollten sich heute, sie liegen vorderan. Mal gucken, das ist gleich 70, 80 Meter hinten. So sehr schnell dreht ist das Chassis dieses Wort. Der Kumpelzdon снимt hier 2 Jahre 0 bleibt. 10 rupees right. 905 und werfen einen H singen.